Was ist Ihr Smartphone oder das Ihrer Mitfahrer mit dem Multimedia-System Ihres Fahrzeugs verbinden? Hallo, mein Name ist Jan Weber und ich bin Serviceberater bei Mercedes-Benz. Sie möchten Ihr Smartphone oder das Ihrer Mitfahrer mit dem Multimedia-System Ihres Fahrzeugs verbinden? Dank Bluetooth-Verbindung ist es schnell möglich. Denn der Pairing, also der Verbindungsassistent des Multimedia-Systems, sagt Ihnen Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wichtig dabei ist, das kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung als Serviceberater sagen, dass Sie an Ihrem Smartphone die Bluetooth-Funktion aktivieren und sichtbar schalten. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefonen und Audiogeräten mit dem Multimedia-System. Am Multimedia-System muss die Funktion Bluetooth eingeschaltet sein. Am Smartphone können die Bluetooth-Funktionalität und Sichtbarkeit über das Menü Einstellungen im Bereich Bluetooth aktiviert werden. Nach der Autorisierung funktioniert die Verbindung der beiden zuletzt verwendeten Telefone automatisch. Das Telefonmenü aufrufen und den Punkt Gerät verbinden auswählen. Wird Telefone suchen aktiviert, erscheint ein Hinweis, der über Suche starten bestätigt wird. Es erscheint eine Liste aller Bluetooth-Telefone in Reichweite. Das Telefon auswählen. Je nach Smartphone erfolgt die Autorisierung über Secure Simple Pairing oder die Eingabe eines PESCIs. Bei dem Secure Simple Pairing-Verfahren wird ein Code auf dem Multimedia-System und dem Smartphone dargestellt. Stimmt dieser Code überein, kann die Autorisierung bestätigt werden. Wenn die Autorisierung über ein PESCII erfolgt, kann ein individueller Zifferncode auf beiden Geräten nacheinander eingetragen werden. Stimmen die beiden Codes überein, wird das Telefon nach der Bestätigung autorisiert. Das Smartphone ist jetzt verbunden und die Telefonfunktionen und die Audioübertragung für Audio-Geräte stehen zur Verfügung. Es funktioniert also ganz einfach. Nach dem Verbinden mit Ihrem Fahrzeug können Sie Ihr Smartphone komfortabel über das Multimedia-System bedienen. Haben Sie weitere Fragen rund um Ihr Fahrzeug, hilft Ihnen Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner gerne weiter. Abschließend noch ein Tipp von mir. Über diese Website lassen sich weitere detaillierte Informationen zur Bluetooth-Connectivity abrufen. Beispielsweise ist dort aufgelistet, welche weiteren möglichen Funktionen Ihr Smartphone in Verbindung mit dem jeweiligen Multimedia-System hat.